Wenn wir im Alltag von Geschwindigkeit sprechen, meinen wir meist das Tempo eines bewegten Objekts, zum Beispiel eines Autos, angegeben in kmh. In der Physik versteht man unter Geschwindigkeit die Angabe des Tempos und der Bewegungsrichtung. Für die Geschwindigkeit wird der Buchstabe V verwendet, dieser steht für das englische Wort Velocity. Um Geschwindigkeiten darzustellen und sie miteinander zu vergleichen, verwendet man meist Pfeile. Die Pfeilspitze zeigt dabei in die Bewegungsrichtung. Um auch das unterschiedliche Tempo berücksichtigen zu können, zeichnet man die Pfeile unterschiedlich lang. Beispielsweise entspricht in diesem Video, ein Pfeil mit der eingeblendeten Länge, einem Tempo von 10 kmh. Auf diesem Rundkurs bewegt sich das Auto auf der Geraden mit einem Tempo von ca. 50 kmh. Das heißt, auf beiden Geraden bewegt sich das Auto mit demselben Tempo, aber aus Sicht der Physik nicht mit derselben Geschwindigkeit, da die Bewegungsrichtungen des Autos nicht übereinstimmen. Auf dem zweiten Parcours gibt es Stellen, an denen die Bewegungsrichtung übereinstimmt. Stimmt auch das Tempo, also die Länge des Geschwindigkeitspfeils überein, so hat das Auto an diesen Punkten dieselbe Geschwindigkeit. Hier hat das Auto dieselbe Bewegungsrichtung, aber nicht dasselbe Tempo, ersichtlich an der unterschiedlichen Pfeillänge. Im nächsten Bild sehen wir zwei Positionen, an denen das Auto dieselbe Geschwindigkeit, also dieselbe Bewegungsrichtung und dasselbe Tempo hat. Entschuldigung Töne 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 Bis zum nächsten Mal.